Ja, gleich. Ja, gleich. Man sieht deine Mutter heute noch nicht. Hallo, Mutter von... War es halb zwölf oder was? Fuck yeah. Ey, wir haben doch gesagt um elf. Ja, wir haben doch gesagt, an den Tagen wird sowieso nichts gemacht. Jetzt diskutiert Nico im Livestream mit seiner Mutter. Das bringt nichts mit dem Deakt. Ich bin das einzige und allein mein Wecker. Ich war doch sogar... Ich war bei meinem Wecker wach. Ich war wach und dann habe ich... Es geht darum, dass er zu spät in die Schule kommt. Dann habe ich wieder geschlafen und dann habe ich ihn nicht mehr gehört. Es liegt am Wecker. Nein! Nein! Ich werde meine Internetzeit nun voll ausreizen. Doch. Ey Leute, ich will ja nichts sagen oder so, aber ich bin... Meine Eltern konnten mich übel an! So, hier, ich bin eigentlich der Engländer-Familie, aber meine Eltern sind richtig scheiße, die kotzen mich übel an. Ja, ich habe bald Geburtstag, Leute! Ich habe bald Geburtstag! Bald Geburtstag! Ey, jetzt habe ich endlich ein Bart! Warte mal, das passt besser zu mir. Yo, Skiz! Das passt besser! Ja, danke Ursus! Vielen Dank.